Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Corona-Ausbruch in Niederbayern. In einem Gurkenanbaubetrieb im Kreis Dingolfing-Landau haben sich 174 Erntekräfte infiziert. Die gesamte Belegschaft wurde unter Quarantäne gestellt und darf das Gelände nicht verlassen. Insgesamt sind 480 Personen betroffen. Proteste in Israel dauern an. In Jerusalem und anderen Städten demonstrierten erneut Tausende Menschen u.a. gegen die Corona-Politik von Premierminister Netanyahu. Sie werfen ihm eine vorschnelle Lockerung der Maßnahmen vor und fordern seinen Rücktritt. Bei den Protesten kam es zu Ausschreitungen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel steigt seit Wochen. Verfahren wegen unberechtigter Datenabfragen durch Polizeibeamte. Laut Welt am Sonntag wurden seit 2018 mehr als 400 solcher Verfahren eingeleitet. Dies habe eine Umfrage bei den Innenministerien und Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes ergeben. Ausschreitungen in Portland. In den USA gab es in der vergangenen Nacht wieder Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt. In der größten Stadt des Bundesstaates Oregon zogen Tausende vor das Gerichtsgebäude. Sie zündeten Feuerwerkskörper. Die Polizei setzte Tränengas ein. Geständnis nach Feuer in Kathedrale von Nord. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat ein Verdächtiger die Brandstiftung in der gotischen Kirche gestanden. Es handelt sich um den Gemeindehelfer, der nach dem Feuer bereits festgenommen worden war, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Das Wetter im Tagesverlauf Sonne, Wolken und gebietsweise Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Höchstwerte 20 Kilogramm Weltkazu